Wir stehen hier am Waldgasthaus Galgenfenn und wollen heute den Weg Galgenfenn gehen. Der Wanderweg wurde 2016 als zweitbester Wanderweg ausgezeichnet. Wir lassen uns mal überraschen, schauen mal was uns erwartet und dann sind da hinten erst ganz zum Schluss dann erst wieder ein Stück durch die Niederlande. Musik 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 Da vorne ist eine Bank, da machen wir Pause. Bevor wir jetzt gleich wieder in den Wald reingehen, hier noch einen kleinen Blick auf die Heide. Die natürlich, wenn sie blüht, wesentlich freundlicher und schöner aussieht. Aber trotzdem ein beruhigender Anblick. Also hier sind einige Bäume, die sehen richtig bizarr aus. Musik 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 Hier sind wir auf der niederländischen Seite und laufen entlang der Schlucht Guck mal, so eine richtige Kerbe hier reingehauen als sie in den Wege ausgefräst hätten Musik 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 Mh Musik Mh Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.